Das tut gut. Ich hoffe, Sie hatten auch einen ruhigen Advent oder so, so wie bei mir, dann doch etwas stressig. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Das kommt viel zu schnell, geht zu schnell. Es ist dann alles immer ein bisschen hektisch vor Weihnachten. Und darum, jetzt habe ich heute die letzte Reparatur gemacht, jetzt ist alles alledig, ein bisschen aufgeräumt, jetzt kann man sich zurücklehnen und ein bisschen genießen. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Ich möchte mich wieder mit dem Medium Video bei Ihnen jetzt zum fünften Mal den Weihnachtsgruß von meiner Seite überbringen. In der Hoffnung, dass Sie ein schönes Jahr hatten, in der Hoffnung, dass es Ihnen gut geht, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine geruhmsame, friedvolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, mit ein paar netten Geschenken und mit netten Beisammensitzen und ein bisschen nett feiern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch ein schönes und tolles, erfolgreiches Jahr 2018. Einen guten Rutsch. Bei mir war jetzt das 2017er Jahr ein Workshop. Darum gibt es jetzt als kleinen Rückblick, gibt es diese ganzen tollen Arbeiten, die ich gemeinsam mit meinen, wie sagt man am besten, Azubis oder so kreiert habe. Und da waren ganz, ganz tolle Stücke dabei und das freut mich natürlich sehr. Und vielleicht auch für Sie eine kleine Anregung. Nächstes Jahr habe ich wieder Zeit. Vielleicht machen wir etwas gemeinsam. Würde mich sehr freuen. Und für alle, die eventuell unterm Cashband suchen und nichts finden, weil niemand ihren Hobby genüge tut und eine Pfeife kauft, gibt es bis zum Jahresende 24 Prozent, so wie jetzt die letzten Jahre, auf alle lagenden Lorenz Pfeifen. Ich hoffe, Ihnen damit eine kleine Freude zu machen. Und vielleicht ist ja das eine oder andere Stück dabei, was Ihnen gefallen würde. Würde mich sehr freuen. Aber genug der Worte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen vielmals noch für die Treue in meine Arbeit und auch für die vielen Klicks. Es waren jetzt über 400.000 Klicks auf die Filme. Das finde ich ganz, ganz super. Und hoffe, dass Sie nächstes Jahr ein schönes und ein tolles Jahr haben. Und da sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön und führte Euch auf guttirolerisch und Tschüss und Servus. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.